Denken Verglichen mit Gefühlen, Emotionen und Stimmungen, die meist einige Zeit andauern, sind Gedanken wesentlich schneller und flüchtiger. Sie zu beobachten ist daher schwieriger, zumal wir dazu neigen, uns mit den eigenen Gedanken zu identifizieren und sie nicht als mentale Ereignisse, als Objekte der Beobachtung zu behandeln. Die Gedanken sind uns sozusagen innerlich so nahe, dass es uns schwerfällt, eine Distanz zu ihnen aufzubauen. Wenn ein Gedanke in uns auftaucht, entsteht sehr leicht eine Kette von Assoziationen, ein Strom von Gedanken, Erinnerungen, Vorstellungen, Fantasien. Nur allzu leicht werden wir von diesem Strom mitgenommen und verlieren uns in Tagträumen. Dieser Vorgang wird besonders deutlich, wenn eine Meditationsübung verlangt, die Aufmerksamkeit in der Gegenwart und auf einem bestimmten Objekt zu halten. Doch warum driften wir eigentlich so leicht ab? Warum gelingt es uns kaum, die Gedankentätigkeit zu bändigen? Ist es überhaupt möglich, nicht zu denken? Eines der typischen Merkmale des letzten Tiefenbereichs der Meditation ist tatsächlich Gedankenstille. Zu Beginn der Meditationspraxis erfahren viele Übende jedoch ein gegenteiliges Phänomen. Sobald sie die Augen schließen, werden sie von einer Flut von Gedanken erfüllt. Unendlich viele Dinge gehen ihnen durch den Kopf. Und es gelingt ihnen nur für kurze Zeit, sich auf das gewählte Meditationsobjekt zu konzentrieren, weil sie immer wieder abschweifen. Es scheint fast so, als ob wir einem inneren Zwang unterliegen, ständig zu denken. Einer gewohnheitsmäßigen gedanklichen Beschäftigung, die sich nur schwer abstellen lässt. Warum ist das so? Die Antwort können sie selbst finden, wenn sie untersuchen, worum ihre eigenen Gedanken die meiste Zeit kreisen. Sie werden dann feststellen, dass sie sich entweder mit vergangenen Ereignissen beschäftigen, sich daran erinnern, wie dies oder jenes abgelaufen ist und es ihnen dabei gegangen ist, oder dass sie in die Zukunft gerichtet planen, also etwa darüber nachdenken, was sie nach der Meditation noch dringend erledigen möchten. Die Gedanken sind dabei vielleicht von bildhaften Vorstellungen begleitet. Sie malen sich aus, wie etwas ablaufen wird und spielen im Geiste verschiedene Szenarien durch. Es kann auch sein, dass sie über etwas nachdenken, was gerade jetzt geschieht, eine Bewertung vornehmen oder ein Urteil fällen. In dem Moment, wo dies geschieht, distanzieren sie sich zugleich von der primären Erfahrung, von der Empfindung, dem Gefühl oder der Sinneswahrnehmung. Sie denken über das Erlebte nach und begeben sich damit auf eine Ebene der symbolischen Verarbeitung in Form von Begriffen, die als Stellvertreter dienen. Der Wechsel auf die gedankliche Ebene vollzieht sich blitzschnell und es bedarf offenbar der Übung, um ihn zu bemerken und gegenzusteuern. Meditationsübungen Die Flut von Gedanken, die viele Anfänger erfahren, wird leider häufig als eigene Unfähigkeit zu meditieren gedeutet. Sich selbst zu verurteilen, weil es einem nicht gelingt, die Gedankentätigkeit einzudämmen, ist jedoch kontraproduktiv. Denn auch die Urteile selbst sind wiederum Gedanken über die Gedanken, die letztlich nur zur Verzweiflung und Frustration führen und die Motivation untergraben. In den folgenden Abschnitten werden drei unterschiedliche Strategien für den Umgang mit Gedanken vorgestellt. Es ist wiederum an Ihnen herauszufinden, welche Strategie bei Ihnen am besten funktioniert. Gedanken beobachten Die erste Strategie zur Beruhigung der Gedankenaktivität besteht darin, die Gedanken lediglich als mentale Ereignisse wahrzunehmen und sich selbst beim Denken zuzuschauen bzw. zuzuhören. Wichtig ist dabei eine akzeptierende Grundhaltung. Wenn Sie Ihre Gedanken verurteilen, sich darüber ärgern und sie zu unterdrücken versuchen, gießen Sie Öl ins Feuer und erzeugen noch mehr Gedanken. Stellen Sie sich vor, jemand wollte die Wellen auf dem Wasser vertreiben, indem er sie mit einem Stock schlägt. Sie können sich ausmalen, wozu das führt und würden sich hervorziehen, abzuwarten, bis sich die Wellen von selbst beruhigen. Nehmen Sie die Haltung eines Menschen ein, der ein wildes Tier zähmen möchte und es zunächst einmal beobachtet, um sich mit ihm vertraut zu machen. In der Meditationsliteratur wird der Verstand gerne mit einem Affen verglichen, der rastlos zwischen den Ästen der Bäume herumturnt. Geben Sie die innere Bühne frei und lassen Sie den Affen turnen. Springen Sie aber nicht hinterher, sondern bleiben Sie ein distanzierter Beobachter des Geschehens. Was treibt Ihre Gedanken an? Vielleicht verstummen Sie spontan, wenn Sie ihnen auf diese Weise zu lauschen versuchen. Oder die Gedankenaktivität wird subtiler und Sie fragen sich, ob das gerade eben ein Gedanke war oder nicht? Benutzen Sie nicht Ihren Denkapparat, um das Denken zu ergründen oder zu kontrollieren, sondern wechseln Sie in einen Modus der Anschauung, des Lauschens. Dabei kann es helfen, den ganzen Körper wahrzunehmen und dieses Körpergewahrsein als Hintergrund wahrzunehmen, während sich die Gedanken im Kopf bilden. Was geht Ihnen durch den Sinn? Können Sie sich zeitweise vom Denken lösen und einfach nur dasitzen? Die Momente innerer Stille sind zunächst oft nur von kurzer Dauer. Es taucht vielleicht Freude oder Stolz auf, dass es Ihnen gelungen ist, die Gedanken zu besiegen, denken Sie und haben im selben Augenblick den Kampf verloren, denn Sie denken nun über die Stille nach, anstatt sie zu erfahren. Sobald gedankliche Einordnungen und Bewertungen auftauchen, distanzieren Sie sich auch von diesen und betrachten Sie sie als mentale Phänomene wie andere Gedanken auch. Sich von der Identifikation mit dem Denken zu lösen, erfordert höchste Achtsamkeit und viel Ausdauer. Üben Sie sich in Geduld und Gleichmut. Jede andere emotionale Reaktion, Ärger und Trauer, ebenso wie Freude, wird leicht zum Motor weiterer Gedanken. Und Gedanken können wiederum Gefühle auslösen oder verstärken. Während der Meditationssitzung besteht keine Notwendigkeit, sich über irgendetwas Gedanken zu machen. Steigen Sie aus den typischen Gedankenkreisen aus, die sich um die Vergangenheit oder zukünftige Aufgaben drehen. Gönnen Sie Ihrem Planungsapparat eine Pause und lassen Sie alle Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche und Sorgen beiseite. Indem Sie die Spannungen im Körper lösen, die Angst, die Ihnen vielleicht im Nacken sitzt, und die Gefühle mittels achtsamer Atmung beruhigen, entziehen Sie den Gedanken den Treibstoff. Und diese kommen nach einiger Zeit ganz von selbst zur Ruhe. Achten Sie auf die Lücken zwischen den Gedanken, die kurzen Pausen, in denen Stille herrscht, und versuchen Sie, diese Lücken auszudehnen. Gelingt es Ihnen, für einen Atemzug still zu sein und ganz in der Erfahrung des Moments zu bleiben? In der Meditation bewegen Sie sich von der Oberfläche in die Tiefe. Sie werden sich der Seinsebenen bewusst, die unter und hinter der hektischen Betriebsamkeit der Gedankentätigkeit liegen. Lassen Sie die Gedanken vorüberziehen, ohne sich von ihnen mitnehmen zu lassen. Oder nutzen Sie Ihre Gedanken gezielt, um Ihre Aufmerksamkeit auf diese tieferen Ebenen hin auszurichten. Diese Strategie verfolgt die nächste Übung. Denken zur Lenkung der Aufmerksamkeit Anstatt die spontan auftretenden Gedanken zu beobachten und die Geistestätigkeit zu beruhigen, können Sie auch einen ganz bestimmten Gedanken fassen, der Ihnen hilft, die Aufmerksamkeit zu bündeln. Einige Beispiele für diese Vorgehensweise haben Sie schon bei den Übungen zum Atmen und Fühlen kennengelernt. Die Gedanken begleiten und unterstützen hierbei die jeweilige Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf den Atemvorgang, eine Körperempfindung oder eine bestimmte Gefühlsqualität. Die typischen freilaufenden, weitschweifigen Assoziationsketten werden durch einen einzigen Inhalt in Form eines Wortes oder eines Satzes ersetzt. Entweder wird die jeweils gegenwärtige Empfindung benannt oder es wird stets das gleiche Wort oder die gleiche Meditationsformel verwendet. Dahinter steht die Überlegung, dass Sie nicht gleichzeitig an zwei verschiedene Dinge denken können. Das trifft allerdings nur zu, solange Sie die volle Aufmerksamkeit auf das gewählte Wort oder die Formel richten. Denn sobald Sie zu einem mechanischen Wiederholen übergehen, kommt es zu einer Automatisierung und Sie beginnen parallel zur Wiederholung an andere Dinge zu denken. Achten Sie also darauf, dass Sie bei dem gewählten Gedanken bleiben und ihn als Werkzeug benutzen, die darin enthaltene Bedeutung zu realisieren. Verbinden Sie beispielsweise den Begriff Ruhe mit dem Gewahrsein der ruhigen Atmung und dem Gefühl der Ruhe in Ihrem Leib. Wenn Sie lediglich den Begriff aufsagen, verliert er rasch seine Bedeutung und kann keine weitergehende Wirkung entfalten. Experimentieren Sie mit verschiedenen Begriffen, die das benennen, was Sie in der Meditation anstreben. Hören Sie auf den inneren Klang der Worte. Klingt es stimmig für Sie? Es geht nicht darum, dass Sie sich etwas einreden, sondern dass Sie die Worte finden, die Resonanz in Ihnen auslösen, etwas in Ihnen zum Schwingen bringen und die Meditation verstärken. Wenn Sie mit einem Wort für längere Zeit üben, bildet sich eine feste Verknüpfung mit dem zugehörigen meditativen Zustand. In stressigen Situationen können Sie das Wort dann nutzen, um sich in diesen Zustand zu versetzen und Abstand zu gewinnen, anstatt sich mit ärgerlichen Gedanken noch weiter aufzuschaukeln. Entwickeln Sie die Fähigkeit zur Beobachtung Ihrer gedanklichen Vorgänge. Welche Gedanken sind nützlich und welche eher schädlich? Werden Sie sich Ihrer Gedankentätigkeit bewusst und gewinnen Sie die Freiheit, selbst zu entscheiden, wann Sie über was in welcher Weise nachdenken und wann Sie es lieber lassen, weil es nichts bringt? Finden Sie heraus, welche Gedanken Ihnen gut tun, Ihnen Kraft und Freude geben. Begrenzen Sie diese Art der Selbstreflexion nicht auf die Zeit der Meditation, sondern fragen Sie sich auch im Alltag immer wieder, was jetzt gerade geschieht, was Sie auf gedanklicher Ebene tun und ob es das ist, was Sie wirklich wollen. Meditation eröffnet Ihnen die Möglichkeit, eine veränderte Perspektive auf das Denken einzunehmen und es aktiv zu gestalten. Fragen, die der Verstand nicht beantworten kann Der Erfolg der Wissenschaften bei der Erklärung vieler Naturphänomene belegt eindrucksvoll, dass der menschliche Verstand ein mächtiges Werkzeug zur Erkenntnisgewinnung ist. Sehr viele Probleme lassen sich durch systematische Studien und rationale Überlegungen lösen. Auch das Verständnis von uns selbst hat sich durch Einsichten der Psychologie und der Hirnforschung bereits verändert und wird dies weiterhin tun. Der Erwerb von Wissen über uns selbst verändert unser Denken darüber, wer wir sind. In der Meditation geht es jedoch nicht um verstandesgemäßes Wissen über etwas, sondern um Erkenntnisse aus unmittelbarer Erfahrung. Es geht um eine veränderte Wahrnehmung, um intuitive Einsichten in die eigene Natur. Eine Strategie, um die Begrenzung des analytischen Denkens offen zu legen, besteht in der Beschäftigung mit paradoxen Rätseln. Eine bekannte Frage lautet beispielsweise Wie klingt das Klatschen einer Hand? Nehmen Sie sich etwas Zeit und suchen Sie nach einer befriedigenden Antwort. Waren Sie zunächst verwirrt oder zumindest irritiert, weil sich die Frage unsinnig anhört? Wie sind Sie vorgegangen, um eine Antwort zu finden? Haben Sie sich vorgestellt, wie es wäre, mit nur einer Hand zu klatschen und wie das klingen würde? Ist das noch ein Klatschen? Führt Sie die Beschäftigung mit der Frage in die Stille? Eine weitere bekannte Frage lautet Welches war dein ursprüngliches Gesicht vor deiner Geburt? Lassen Sie sich wieder etwas Zeit, um diese Frage in sich arbeiten zu lassen. Beobachten Sie sich selbst bei der Problemlösung. Wohin führt Sie diese Frage? Diese Rätselfragen sind darauf angelegt, dass Sie eingefahrene Bahnen des Denkens verlassen. Sie werden mit logischen Widersprüchen konfrontiert. Kann eine Hand überhaupt klatschen? Mit Grenzfragen der eigenen Existenz? Seit wann gibt es mich in dieser Gestalt? Die Sie nur lösen können, wenn Sie eine neue Perspektive einnehmen. Das Denken wird durch diese Übungen an seine Grenzen geführt und Sie erkennen, dass es jenseits des begrifflichen Denkens einen Beobachter gibt, der das gesamte Geschehen erfassen kann. Das können Sie direkt erkunden, indem Sie sich die Frage stellen, woher die Gedanken kommen. Wie entstehen die Gedanken? Versuchen Sie genau wahrzunehmen, wie ein Gedanke in Ihnen entsteht. Wenn Sie versuchen, darüber nachzudenken, woher die Gedanken kommen, kommen Sie nicht weiter, denn es sind ja die Gedanken selbst, die Sie untersuchen möchten. Können Sie einen Gedanken wahrnehmen, bevor er voll ausgebildet ist? Was ist die Quelle der Gedanken? Wie lange dauert ein Gedanke? Wie schnell verblasst er? Verfeinern Sie Ihr Vermögen, das eigene geistige Geschehen feiner aufzulösen und dem Spiel der Gedanken zuzuschauen. Diese Art der Beschäftigung mit den eigenen Gedanken soll Ihnen die Denktätigkeit als solche bewusster machen und dient zugleich der Einsicht in die Tatsache, dass Sie mehr sind als Ihre Gedanken. Wenn Sie Meditation praktizieren, um Selbsterkenntnis zu erlangen, lautet die Königsfrage letztendlich Wer bin ich? Die Beantwortung dieser Frage in der Meditation erfordert keinen Denkprozess, sondern einen fundamentalen Wechsel in der Wahrnehmung, in einen Modus der Anschauung, der als Selbstwesensschau, Erwachen oder Erleuchtung bezeichnet wird. Erwachen oder Erleuchtung Untertitelung des ZDF, 2020